Grüßt euch Leute und herzlich willkommen hier zum neuen Video. Es ist schon wieder etwas her, wo ich ein Video gepostet habe. Das liegt daran, nicht, dass ich keine Lust hatte. Ich hatte Lust, nur ich war ein bisschen ideenlos und ein bisschen motivationslos. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber, ja, dieses Video nehme ich auch gerade etwas später auf. Und da ich ja im neuen Zimmer bin und meine Eltern direkt gegenüber sind, muss ich dementsprechend etwas leiser sein. Natürlich, ASMR ist dafür perfekt, weil natürlich ich sowieso leiser bin. Aber, ja, ich hoffe, ich habe das so mit den Lichtverhältnissen so ganz okay. Ich glaube, es ist immer noch nicht wirklich gut. Ich werde es noch irgendwie bestimmt mit der Zeit hinbekommen. Aber, ja, was habe ich heute für euch geplant? Ich dachte mir, ähm, ich packe da ein paar Trigger raus, die neu sind, aber auch etwas älter, also die ihr schon kennt. Und, ja, zwei davon sind neu, zwei, nee, warte mal, bin ich doof. Ja, doch, zwei sind davon, ähm, neu und zwei davon sind, ja, schon, hatte ich schon mal in irgendeinem Video bestimmt benutzt. Und ich würde sagen, 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 ich mache ein bisschen euren Ohren sauber, ne? Oh, die gehen so ein bisschen kaputt, seht ihr das? Die gehen so ein bisschen kaputt, das ist nicht so cool. Sind voll ein bisschen billiger. Oh Mann, das ist nervig. Schreibt mir übrigens in den Kommentaren, welche Sicht ihr mehr machtet. Die Sicht, wo ihr wirklich komplett das Mikrofon gesehen habt, oder mehr diese Sicht, wo ihr nur halt hier so ein bisschen vom Mikrofon seht. Also, auf diesem Bildinnenb ЦirleAND geht platene. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, wir würden zu mövez управstellen. Ihr könnt nicht glauben, wer wird jetzt hier? Ja, ein Wattestäbchen auf dem PopShot ist. Ja, ein Wattestäbchen auf dem PopShot ist. Ja, ein Wattestäbchen. Okay, ich würde sagen, ich wechsle zu einem neuen Trigger. Und zwar ist das einer dieser Verlängerungen von den Nintendo Switch Joy-Cons. Und die machen halt gute, ja, wie nennt man das so, Klickgeräusche. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen, mich nicht an den Stuhl zu lehnen, um nicht diese Knackgeräusche mit dem Stuhl zu bekommen. Und ich versuche auch nicht so viel, mich an den Tisch zu lehnen, weil ich mich gut noch in den Kommentar von Alex erinnern kann, der mir den Tipp gegeben hat, nicht so viel. Also, ein bisschen die Geräusche vielleicht rauszuschneiden, wo ich mit den Händen so auf den Tisch gehe. Weil das doch ab und zu etwas lauter ist. Ich versuche es, aber es ist recht anstrengend für mich. Das klingt jetzt echt albern, aber es ist doch recht anstrengend für mich. Das mit der Schnur wollte ich übrigens gerade hier nicht so, war einfach so nebenbei. Ich versuche es, wie ich vermisse, dass ich Ihnen das hier nicht so, kann. Ich versuche es, wie ich mir das aber auch so, wie ich mit dem. Das werdet ihr eigentlich von einem No-Talking-Video halten. Ich wollte zum Beispiel gebeten, mal ein Fast-Tapping-Video zu machen, das will ich dann in einem No-Talking-Video auch gleichzeitig machen. Das werdet ihr eigentlich von einem No-Talking-Video zu machen. Das werdet ihr eigentlich von einem No-Talking-Video zu machen. Okay, ich würde sagen, ich wickse dann wieder zu einem Trigger, der bestimmt schon mal in einem meiner Videos war. Und zwar mein Tablet, beziehungsweise das ist das Tablet meiner Schwester, aber ich benutze es eigentlich nur. Oder hatte ich es schon mal benutzt? Ich weiß es nicht, ob ich es schon mal in einem meiner Videos benutzt habe. Falls ihr fragt, welches Tablet das ist, ich habe absolut keine Ahnung. irgendein Samsung Tablet, was aber abtritt, scheiße ist. Ja. Oh, man sieht so, wenn man sich das hier so halte, sieht man zum Beispiel ein Stativ. Hallo? Mir fällt auch gerade auf, man hört doch ein bisschen mein Laptop wieder im Hintergrund. Das nervt mich so total. Ich muss mir irgendwann auf jeden Fall einen neuen holen, das ist ja immer so nervig. Aber ich bete mir auf jeden Fall zum Geburtstag zuerst. Test-Cam holen dieses Mikrofon, ich habe so Bock drauf. Test-Cam head 꽃. Test-Mach. Test-Noah list-Mach. dwell, Wenn du dich auch damit fertig aus kannst. Fliefe ist es sicher, dass ich es sicherlich magisch geboren. Test-Tasten Key und Handy. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.